Der Riesenkalmar ist eines der faszinierendsten Geschöpfe unserer Ozeane. Leider wissen wir nur sehr wenig über dieses geheimnisvolle Tier. Der Riesenkalmar ist ein Kandidat für das größte heute lebende wirbellose Tier der Welt und gehört zu einer Gruppe von Kopffüßern, die schon seit ungefähr 500 Millionen Jahren auf der Erde leben. Seit hunderten von Jahren hatte man sich immer wieder gefragt, ob dieses mysteriöse Geschöpf auch tatsächlich lebt. Viele hielten die Legenden für einen Irrsinn, da der Riesenkalmar nur in den seltensten Fällen an die Wasseroberfläche emporsteigt. In der nordischen Mythologie sprach man vom Kraken, ein riesiger Tintenfisch, der Seefahrer urplötzlich überraschte und das Schiff und die Besatzung in die dunkelsten Tiefen zog. Einige Überlebende berichteten dann vom Ungeheuer. So entstand die Legende vom Kraken. Zwar sind diese Geschichten höchstwahrscheinlich Seemannsgarn, allerdings ist zumindest ein Teil davon wahr, denn dieser riesige Kopffüßer existiert wirklich. Es war nämlich vom Riesen- oder Kolosskarmar die Rede. Leider besteht unser heutiges Wissen von Riesenkalmaren primär aus an den Küsten angespülten und zum Teil verwesten Kadavern. Die meisten Funde stammen aus Neuseeland und den pazifischen Inseln. Es wird aber angenommen, dass Riesenkalmare weltweit verbreitet sind. Dies ist allerdings nur sehr schwer zu beweisen, da sie, wie bereits erwähnt, kaum an die Wasseroberfläche kommen. Da hilft es auch nicht, dass das Tier so groß ist, da man nur sehr schwer die Tiefsee erkunden kann. Sie leben nämlich in totaler Finsternis in Tiefen von 500 bis 1500 Metern unter dem Meeresspiegel. Wissenschaftler sind sich immer noch nicht sicher, wie Großriesenkalmare wirklich werden können. Es ist schwer, die korrekte Größe zu bestimmen, wenn die meisten Kadaver schon halb verwest sind. Der größte Riesenkalmar, der jemals gemessen wurde, war geschätzt 13 Meter lang. Es muss jedoch erwähnt werden, dass die beiden Fangarme einen beträchtlichen Teil der Länge ausmachten. Die Durchschnittslänge von Riesenkalmaren dürfte wohl irgendwo zwischen 7 und 9 Metern liegen. Man kann die Größe eines verstorbenen Riesenkalmars auch ohne Körper schätzen, indem man dessen Schnabel misst und so auf die Länge des gesamten Körpers schließt. Der Schnabel verwest im Gegensatz zu seinem Körper kaum bis gar nicht und man findet viele in den Mägen verstorbener Pottwale, die ebenfalls von Zeit zu Zeit an Stränden eingespült werden. Die vorhin bereits erwähnten langen Fangarme dienen dem Riesenkalmar wo dazu, die Beute aus ziemlich großer Distanz packen zu können und dann zum Mund zu befördern. Die Tentakel sind mit unzähligen Saugnäpfen versehen. Dank diesen lässt sich die Beute besser festhalten. Obwohl Wissenschaftler noch nie lebende Riesenkalmare beim Fressen beobachtet haben, konnte man trotzdem aufgrund der Untersuchung des Magens verstorbener Exemplare die Beutetiere feststellen. Riesenkalmare sind Fleischfresser und ernähren sich von Fischen, Krabben, kleineren Kopffüßern und sogar von manchen Walen. Eine der aktuelleren Entdeckungen eines Riesenkalmars fand im Juni 2020 statt. Ein verstorbenes Exemplar wurde an der Küste von Südafrika angespült. Mit einer geschätzten Länge von 4 Metern und einem geschätzten Lebendgewicht von 300 Kilogramm befand sich dieses Individuum eher an der unteren Grenze in Sachen Größe. Was den Fund aber eindrucksvoll gemacht hat, ist, dass der Schnabel gefehlt hat. Dieser fiel wonach dem Tod runter, da die Muskulatur entspannt wurde. Es gibt noch vieles über diesen Fund herauszufinden, allerdings müssen sich Wissenschaftler aufgrund der aktuellen Lage noch gedulden. Der Kadaver befindet sich zur Zeit unter Gewahrsam und wird erst nach unbestimmter Zeit untersucht werden können. Der sogenannte Mantel ist im Grunde das Hauptkörperteil von Riesenkalmaren. Dieser beinhaltet die wichtigsten Organe des Tieres. Der Schnabel, also das Maul, befindet sich quasi in der Mitte des Körpers, also in der Mitte von dort, wo die Tentakeln anfangen. Der Riesenkalmar hat zusammen mit seinem nahen Verwandten, nämlich dem Kolosskalmar, die größten Augen des Tierreichs. Diese messen ungefähr 30 Zentimeter im Durchmesser. Dies ist etwa so groß wie ein Basketball. Dies stellt die Frage auf, wenn Riesenkalmare doch in der dunkelsten Tiefsee leben, warum brauchen sie dann so große Augen, wenn es doch im Grunde gar nicht zu sehen gibt? Es stimmt zwar, dass das Sonnenlicht den natürlichen Lebensraum des Riesenkalmars nicht erreicht, jedoch heißt es nicht, dass die Tiefsee ständig komplett dunkel ist. Es gibt nämlich eine Vielzahl von Tieren, die über Biolumineszenz verfügen. Das heißt, dass manche Tiere von selber mit ihrem Körper Licht erzeugen können, entweder für die Jagd, für die Paarung oder Verwirrung von potenziellen Jägern. Somit kann der Riesenkalmar viele seiner Beutetiere aufspüren. Allerdings bietet das Licht auch Kenntnis über die Präsenz seines einzigen natürlichen Feindes, nämlich des Pottwals. Viele Schnäbel von Riesenkalmaren wurden in den Mägen von Pottwalen gefunden. Auch wurden viele Pottwale mit Verletzungen gesichtet, die wahrscheinlich von Riesenkalmaren stammen. Das heißt also, dass von Zeit zu Zeit wahrhaftig kolossale Kämpfe in der Tiefsee stattfinden. Ein weiteres beeindruckendes Merkmal des Riesenkalmars ist das komplexe Gehirn. Neben dem Fakt, dass Riesenkalmare zu den intelligentesten Tieren im Meer gehören, ist ihr Gehirn donutförmig aufgebaut, hat also ein Loch in der Mitte. Es ist auch bekannt, dass sie über drei Herzen verfügen und das blaues Blut durch ihre Venen und Arterien fließt. Wissenschaftler fragen sich immer noch, wie genau und aus welchem Zweck sich ihr Körper im Verlauf von Millionen von Jahren in so einer einzigartigen Art und Weise entwickelt hat. Trotz der immensen Größe und des Gewichts können sich Riesenkalmare nichtsdestotrotz sehr flink im Wasser fortbewegen, sogar in der Tiefsee. Grund dafür ist, dass sie über dem Kopf Wasser in der Umgebung aussaugen können und durch eine andere Körperöffnung wieder schnell ausscheiden können. Dieser Vorgang ähnelt einem Jetantrieb. Es wird davon ausgegangen, dass Riesenkalmare bis zu fünf Jahre alt werden können. Die Statolithen, die dem Tier dabei helfen, sich im Wasser zurechtzufinden und die Balance zu halten, bekommen quasi Altersringe, ähnlich wie bei Bäumen. Dadurch kann man das Alter von Riesenkalmaren schätzen. Wissenschaftler vermuten, dass sich Riesenkalmare in ihrem Leben nur einmal fortpflanzen. Weibliche Exemplare gebären, indem sie unzählige befruchtete Eier zusammen mit einer schleimigen Substanz ins Wasser ausscheiden. Die Eier werden dann ihrem Schicksal überlassen. Die meisten werden noch im Ei oder als Jungtier von anderen Jägern gefressen. Nur wenige schaffen es, erwachsen zu werden. Der einzige natürliche Feind des Riesenkalmars ist, wie bereits erwähnt, der Pottwal. Wie auch beim Kolosskalmar wurden ihre Schnäbel unzählige Male in den Mägen der riesigen Säugetiere gefunden. Es gibt bisher keine Indizien dafür, dass erwachsene Riesenkalmare von irgendeinem anderen Lebewesen aufgefressen werden. Da sie in der Tiefsee leben, stellen auch keine Menschen Gefahr für sie dar. Obwohl man die Anzahl der lebenden Riesenkalmare nicht gut schätzen kann, geht man trotzdem davon aus, dass die Art nicht vom Aussterben bedroht ist. Es gibt kaum bis gar keine Berichte über Angriffe von Riesenkalmaren auf Menschen, abgesehen von den alten Seefahrergeschichten. Dies heißt aber nicht, dass sie für uns ungefährlich sind. Der Fakt, dass es im Grunde kaum bis gar keine glaubwürdigen Berichte gibt, lässt sich darauf zurückführen, dass Riesenkalmare in der Tiefsee leben und nur in seltensten Fällen an die Wasseroberfläche schwimmen. Und die Exemplare, die hochschwimmen, sind meistens alt, krank und geschwächt. Riesenkalmare können theoretisch in der Tat für Menschen gefährlich werden. Humboldt-Kalmare, quasi eine viel kleinere Version von Riesenkalmaren, sind bekannt dafür, Menschen anzugreifen. Riesenkalmare sind im Endeffekt wilde Karnivore. Es empfiehlt sich sicherlich nicht, sich den Tieren ungeschützt im Wasser zu nähern. Das heißt aber auch nicht, dass man sofort angegriffen werden würde. Vorsicht ist aber geboten. Nur maximal 5% der Weltmeere wurden bisher erforscht. Wenn solch riesige Tiere für Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, unentdeckt bleiben konnten, wer weiß, was für faszinierende Geschöpfe nur darauf warten, von uns entdeckt zu werden. Solltest du an weiteren spannenden Videos zu solch faszinierenden Tieren interessiert sein, so kannst du hier die komplette Playlist aufrufen. Videoideen sind in den Kommentaren auch willkommen. Du kannst auch gerne diesen Kanal abonnieren, falls du in Zukunft nichts mehr verpassen möchtest. Videoideen sind in den Kommentaren auch willkommen.